Lass aussteigen, f*** den. Mann, wo seid ihr? Abonnenten immer noch. Für große Autobahnbrücke. Der schwarze Heli sind wir, Jungs. Der schwarze Heli sind wir. Der schwarze Heli sind wir. Nicht auf uns schießen. Nur auf blau. Ja, dann sagt das doch, dass ihr schwarze Heli seid. Ich sehe euch die Pärs nicht. Seid ihr untergekommen? Komm rein, komm rein, komm rein. Die landen, die landen, die Polen. Fahr gerade. Folgt denen nicht, der Heli. Jo, was heißt die? Ich sammle Clownsee. Pass auf, jetzt hier rechts unten. Hier irgendwo muss der Dings sein. Hätte auch irgendwas geboten. Hier ist Boot. Sollen wir runter? Ja, ja. Hier rechts, hier rechts, hier rechts. Ah, ne. Ne, 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 ne. Jungs, wir können damit auch ziemlich hinfahren. Komm zur Fuse einfach. Perfekt. Einer liegt. Einer liegt. Wo? Wo? Ja, ja, das ist krass. Einfach nur. Ich glaub, ich hab noch nicht mal einen geholt. Der meint einfach nur so. Wow. Keine Ahnung. Ja, aber wirklich. Wo seid ihr, Junge? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Nice. Zehn Leute reden dazwischen. Neun was? Neun eins, zwei null. Wo ist das gemein, Navi? Ich muss auch reparieren, eigentlich. Nein, Jesus. Das ist okay. Es ist einfach bei Groove. Einfach bei Groove hier vorne liegen. Nein, oder? Hinter dir, doch. Ja, ich muss aber da rein. Ey. Oh, oh. Hier wird geschossen. Halt an, halt an, halt an. Halt an, halt an. Witzu, witzu. Naja, verlass weiter. Nee, nee. Ich glaub, die haben scheiße gelabert, Bruder. Die wissen selber nicht, was sie reden. Hier können wir aussteigen und die von unten schallern, hier unten rechts ist auch stimmt. Die sind alle warm zu sehen, die Bundeswehr kommt. Ich bin auch immer noch der verfickte Wette von irgendwie immer denn. Ich ne Weste hier. Ich geb dir ne Weste, komm her, komm her. Hat die mal Verbandskassen? Nico, an Nico. Das ist passiert. Wir sehen nicht mal einen. Was machen wir hier oben? Ah, das hat hier. Wir finden gewohnt. Kein Kopf. Kein Kopf hier. Kein Kopf hier. Komm Auto oder komm Auto? Ja, das ist nervig. Ja, da sind noch welche. Wo geht der Tunnel, wo kommt der Tunnel raus, Jungs? Wisst ihr, wo man rauskommt? Nee, jetzt kein Plan. Ich brauche zwei Schützen im KDW. Ich bin schon da wo der Tunnel rauskommt. Ich bin schon da wo der Tunnel rauskommt. Ich bin schon da weg. Ich bin schon da weg. Selber versetzen, nix. Dann bin ich komplett weg einfach? Ja, ich bin einfach mit dem Optrogramm angeschossen und ich bin nämlich hier reingerannt. Soll ich den auch abknallen? Ey, du bist vor mein Schuss gegangen. die schießen gegen luft bruder hier ist nicht mal einer wenn man nicht wo sind die bruder keine ahnung die schießen in luft wenn einer sagt dass wir verloren sind in der schießerei was ist dann das wo sind die denn wen wollt ihr da backstab und den anderen eingang ich glaube wir haben einen anderen eingang lasst uns das ist meine chance warte 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 also da hinten ist noch einer um die älter pass auf rein 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 wir haben einen der eingänge warte darf noch ein politischer einem der autos das sind zwei politischen noch ein politischer noch noch einer wie noch eine Wer schießt auf mich, ihr Vollidioten? Digga, wer schießt hier? Mein Gott, Alter. Kommt, Jungs, weg. Oktagramm, die sind da, wenn ihr das Wurde vor siehst. Verteilen, 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 verteilen. Ich bin fast tot. Busch, steh ein bisschen zurück, wir haben noch einen Rekordplatz auf. Bundeswehr im Eingang, drei Leute. Ihr müsst wieder von vorne kommen, die sind da alle. Fick die. Bundeswehr im Vordereingang, im Tunnel unten. Zwei Leute weg, zwei noch da von der Bundeswehr. Die zwei holen wir, die zwei holen wir. Jungs, ihr müsst mich schützen, ich schlieb nicht, ich tu nur so. Ihr müsst mich schützen, Jungs, ihr müsst mich schützen. Okay, was soll ich machen? Bruder, ich schlieb gar nicht, ich tu nur so. Ja, aber wie soll ich das machen, Mahmoud? Wie soll ich das jetzt machen? Wie? Da schießen 10.000 Leute gleich auf mich. Keine Ahnung. Ey, wir müssen alle... Was soll ich machen? Ich bin eingequetscht. Wenn ich hier rauslaufe, bin ich auch tot. Können wir die Polizisten hochholen lassen und dann einfach Sachen abziehen? Jemand von euch, kann doch irgendwer irgendwie Schussweste und Verbandskasten und sonst was. Nein, im Verbandskasten. Wer bist du, Mann? Wir müssen unser Letter. Ich hab gar nichts mehr. Digga, wer war denn da hinten, der auf uns geschossen hat? Das waren die Pol... Äh, die Bundeswehr. Sechs Bundeswehrleute waren da alle weg. Hast du alle gegründet? Ich hab alle geholt, komm. Ey. Wir müssen unser Letter halten. Lauf mal. Ja, so ein Skistand sieht sich aus, abfahrt. Mahmoud, der hat die geholt. Der hat die alle geholt. Mahmoud, alle weg. So eine Maschine. So eine Maschine. Komm, Jungs. So eine Maschine, Blertz. Vordereingang scheint zu sein Jungs. Alles clear, ja. Maschine. Du, der hat sechs Leute geholt. Wer? Unser Dings, der hinter uns. Du hast doch einen Scheiß-Medical, dass die abzuhren können. Scheiß hat er da. Wir hätten die echt abzuhren können, ne? Wir holen den Kinder gleich doch mal hin. Wir holen einen Mediziner und holen dann die alle hoch. Und wir nehmen den Polizid leer. Irgendes ist gefallen. Ja, wenn die eh alle liegen, das ist doch andere Seite. Bruder, die dauert so lange. Ja. Ja, komm, dann lass andere. Äh, komm. Was denn jetzt? Das war so unnötig schon wieder. Jungs, wenn da oben noch welche kommen, fick die, danach holt die die Medica. Da sind noch welche, da sind noch welche. Hat einer von euch Schutzweste? Wo sind die? Oben, oben. Oben, oben. Fick die, wenn ich die geflickt hab, Medics. Fick die, wenn ich die geflickt hab, Medics. Jungs, ich schwöre von Ate, ich lehrt mal richtig golen. Oben, oben. Die kannst du eh nicht nehmen. Nachher scheiße stimmt's. Oben auf der Dings. Da sind zwei Bundesländer. Oben auf der Dings. Direkt gegenüber. Was? Du bist der Dings. Wer ist Dings? Auf dem Container. Achler Container, Bruder. Gibst du ein in diese Stadt? Gibst du nur ein in diese Stadt? Gibst du nur ein Container sagst du? Lass die Medics durchgehen, die dürfen jetzt kaum und die sollen erst unsere Leute hoch. Warte zusammen, ey. Wir lassen Cracky nicht alleine. Komm schon. Jungs, nicht allein lassen. Was macht die denn? Wir sind wegen euch hier. Dicka. Cracky, pass auf. Bruder, wie viele Leute liegen hier? Ist ja geisteskrank. War gerade oben. Nein, 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 nein. Die Medics, die Medics. Was war die Postleitzahl nochmal? Ah, ich weiß, wo die sind. Auf wen schießt du da? Auf wen schießt du da? 9288, das ist gut. Ah, da hinten, scheiße. 9288. Der Heli-Band, der Heli-Band, da hinten auf den Gebäude. Einer Liege. Ja, Romy, du haben Helikopter, der brennt, also pass auf. Oh, scheiße, stimmt. Ich danke dir. Ich bin im Fluch vermisst. Digga, die liegen echt alle, ne? Ja, wie das einfach? Bruder, wir können, wir können, lass dich hochholen. Guck mal, die viele waren hier liegen. Ja, aber da sind noch welche. Bei 9288. Ja, ja, da oben sind noch welche. Ja, das ist Medizinerin. Komm, 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 komm. Du kannst kommen, du kannst kommen. Erst mal unsere. Komm mit, komm mit. Ey, einer von Arte soll dafür sorgen, dass er alle Bundeswelle abzieht. Soll erstmal unsere Leute hochholen, dann haben wir mehr Leute. Ja, ja, sowieso. Von, von welchem Peak schießen die? Das ist nur einer, der direkt geradeaus bei dir, äh. Cracky, wollen wir von anderer Seite scheppern gehen? Komm, komm mit mir, komm mit mir. Ja, ja. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Cracky, mach Mut, kommt mal mit. Ich komme. Jungs, was ist denn so ein komischer Udi hier? Bruder, die, 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 die Also ihr schießt den Typen die ganze Zeit an, wenn ihr hier siehst. Cracky, geh du alleine, du, packst den. Bitte save mir ne Waffe. Achtung, alter, der Heli, alter, schnell, weg, weg. Der hat nen Revolverschuss, der hat nicht mehr viel. Piek mal, piek mal. Piek mal. Jungs, braucht ihr Hilfe? Und wer ist dieser Uwe, ist der in Ordnung? Der ist in Ordnung, ja. Ja, wo sind die hier? Die sind von Seite gepusht. Bei mir waren, was ist irgendwas passiert? Hier sind zwei viele Polizisten. Liegen da viele, oder is? Nö, ich bin grad im Krankenhaus. Also hier sind ganz viele. Was ist denn passiert? Alles gut. Sehen wir den nachher. Kann mich jemand abfreuen? Ich kann dich abholen, wenn du willst. Ja. Okay. Hey, wer bist du? Jimmy, bitte. Jimmy. Jimmy, 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 bitte draußen. Sag uns mal, was da passiert. Jimmy hat die sechs Leute geholt hier vorne. Was? Jimmy hat die sechs Bundeswähle hier vorne geholt. Ja, ich hab gemerkt, Alter. Wollen wir mal alle weg? Nee, die sind ja im Auto sind noch welche. Hast du Jimmy war das, oder was? Jaja. Das war das Klang, Alter. Ich hab' den Tornel. 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 Äh, wir bleiben erstmal... Wollen wir erstmal hier bleiben, ne? Cracki! Cracki! Hast du ihn? Der ist mit dem Helikopter in die Luft geflogen. Wer? Cracki? Ja, Cracki. Sie können runtergehen, sie können runtergehen im Tunnel. Mach Mut, Cracki ist gestorben. Wegen Helikopter. Nein. Doch, doch, er ist Helikopter abgestürzt. Wir kommen runter, Bruder. Wir ziehen die beiden ab und lassen die beiden hier wegkommen. Ja, ja, ja. Soll ich da schön? Ja, pullen kommen oder also Cousin? Ja, wäre gut, komm mal zu... 9289. Warte, ich sammle... Cousin hast du da? Ich bin gerade am Weg zu denen. Ja, ja, wenn... Komm, 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 komm. Ja, ja, ich bin am Weg zu denen. Ich bin am Weg zu denen. Ja, hier am Hinterkopf. Ich bin am Weg zu denen. Ja, hier am Hinterkopf. Das ist jetzt nicht einer. Da hinten ist noch einer und die beiden halt. Das heißt, drei Stück kommen wir noch schon. Ja, heißt ja nur, dass wir gute Pläne Saison haben, ey. Ach, hier kann ich tatsächlich... Ach, hier kann ich tatsächlich... Ja, oder sowas sieht alles aus. Ah, okay. Wir sind von denen hier... Wenigstens einer, Bruder. Wofür haben wir die ganze Scheiße gemacht, Alter? Alles klar. Immer so zu bleiben. Kann doch nicht sein, dass keiner von den überlebt, ey. Haben sie genug Essen? Ja, ich hab's noch. Ohne Kopfschlüsse, safe. Okay, gut. Das? Wer? Wer schießt da denn aus? Da oben sind immer noch die Bundesländer. Äh, Jungregel ist aber weiter weg. Ich kann euch nicht abholen. Komm, direkt dort, wo ihr seid, wisst ihr? Sind die hier, oder? Wo sind die, oder? Wo sind die? Der Herr von der Bundesländer. Äh, ganz Stadt. In dem Krankenhaus. Wie warst du mein Cousin? Hey, warte, warte. Der soll einmal picken, ich fick ihn. Der ist da oben, ne? Ja. Äh, Artisch, wir bräuchten mal ein, zwei Autos im Krankenhaus. Aber ich glaub, wir können abziehen, oder? Ja, könnten wir, aber den da oben will ich nur ficken. Willkommen. Das sind zwei. Okay, ja. Ich hab halt noch ne Dreckspistel, Alter. Das haben wir schon, ist den früten Lauf. Was jetzt? Können wir durch den Tunnel und rechts laufen? Geben wir kurz. Der ist Loh, der Loh, der Loh. Der ist Loh, sein Vater. Der Typ frisst mehr als meine Mutter, Junge. Hab ich ihm nicht nen Kopfschuss gegeben? Hä? Den kriegen wir nicht umlaufen, irgendwie, ne? Ah, weil er bestimmt nen Helm hat, der Wichser. Ich geb ihm mit nem Revolver nen Kopfschuss, er stirbt nicht. Überleg mal. Ist so unfair, diese Helm. Die können aber auch viel einstecken mit dem Helm, ne? Der eine hat ein ganzes Magazin mit der, äh, mit der Gusenberg eingesteckt. Gefühlt. Ah, Junge. Polizei, Auto, Polizei, Auto. Polizei, Auto. Aufpassen vom Industriegebäude, ja? Die ballern auch immer. Vorsicht, ne? Der oben ist auch schon wieder am Pieken. Wo piekt der? Ich fick ihn. So soll das abkommen. Der ist nicht auf den Containern, sondern auf dem Gebäude dahinter war der. Mach... Mach Mut. Mach Mut, lass die umfahren. Bruder, ich hab den abgezogen. Der hat nur eine Pistole. Lass abholen. Komm Bruder, Cousin Gutes, lass weg. Okay, warte. Ne, Cousin kann uns nicht. Lass mal hier rechts rum, lass mal hier rechts rum. Kommt du auch mit. Ey, aber die da sind welche, ne? Die sind hier. Wie können die ficken? Komm, ich hab euch gerettet. Digga, ich hab den drei Headshots gegeben mit Revolver, ne? Wegen seinen Helm. Stark, tsch. Sollen wir hoch pushen oder sagst du scheiß drauf? Mamut, wo seid ihr, Cousin? Warte kurz. 9289, ich warte mal. Aber guck mal, wie viele Bundeswehrwagen hier sind. Komm mal, komm mal, mach Mut. Ja, Agatha soll holen mir die nicht. Komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her, Mach Mut. Wo bist du? Siehst du, siehst du? Du hast nicht gesehen, du? 9289, ich komm jetzt. Mach Mut, wo... Ey Jungs, was soll man mit dem Polizisten machen? Wir kennen ihn eigentlich als... Warte, 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 warte. Komm her, komm her, komm her. Hier sind die doch. Kann du stoppen? Sag, den soll nicht auf uns schießen, wir haben Polizisten. Sag mal, was machst du denn hier? Andere weiter, Mach Mut, andere weiter. Was an, bitte? Ey, holt uns einfach ab hier, Cousin. Bruder. Vertrau mir. Ey Jungs. Die Arme. Die bei dem Gebäude drüben, ne? Die steht einfach so, ich stehe hinter... Oh, hier sind welche. Bundesheller. Wollten sich welche am Krankenhaus abholen? Hab, hab, hab. Sehr stark, sehr stark. Ehre, ne? Lass doch Bundeswehrfahrzeug nehmen, lass doch Bundeswehrwagen nehmen. Mach Mut, soll ich holen? Nimm, 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 nimm. Nimm, 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 nimm. Nimm, nimm. Ich geh mit ihm mit, das fände ich allein. Ich werde mich noch mit ihm mit. Ja, aber Kevin, du musst ja auch nicht zu uns. Ich hole euch dann an eine andere Stelle mit Heli ab, oder? Ja, 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 machen wir so. Machen wir genauso. Ich seh nix wegen der Sonne, Jungs. Jungs, ich lebe. Einer bei mir? Ich bin hinter dir. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Das Auto kommt, Jungs, komm. 9, 2, 9, 0, warte. Warte, warte. Warte. Die sind alle zu, wir müssen zu dir kommen. Die sind alle zu, die sind alle zu. Okay, komm, 9, 2, 9, 0. Agatha, bitte. Du musst dich in die Herrscher. Einer hinter mir? Wo bist du, wo, wo, wo? Bei dir, bei dir, bei dir irgendwo. Auf dem Dach. Warte, warte, warte. Ja, ich seh ihn auf dem Dach. Ich seh nix wegen dem Licht. Ich seh nix. Komm, 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 komm. 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 Also wirklich. Ich bin im Krankenhaus. Sosa, komm hier zu mir. Hier können wir abhauen. Da seh nix. Ey Jungs, ich kann nix sehen wegen dem Licht. Ich kann hier nicht pinken. Ich lauf weg. Lauf, lauf, alles gut. Ich bin hier auf dem Dach. Ich bin auch oben. Sosa, ich bin links auf dem Dach. Alles gut. Ja, spring drüber. Genau, komm. Spring drüber und komm zu 9, 2, 9, 0. Let's brauchst du hier mit Abholung. Ich hab Bundesbehaus. Er ist hinter mir, er ist hinter mir. Digga, dieses verfickte Licht. Ich seh nichts. Bruder, Jesus blendet mich einfach. Jetzt hab... Kann mich wer vielleicht ein Krankenhaus abholen? Kann noch irgendeine aktive Schießerei oder Hilfe brauchen? Ja, bei mir. Ich bin auf der Autobahn. Warte, warte, warte. Die sind auf dem Dach da. Auf welchem Dach? Gegenüber von der Schießerei von. Meinst du, neben diesem Hang-Hanger-Way oder was das immer ist, auf diesem großen Dachdach? Ja, da, da, wo vorhin, äh, die, die, zwei, wo der eine Bundeswehrler rausgeschossen hat. Bruder, willst du wegkommen oder willst du dich umschießen? Weil wir haben Polizisten... Nein, 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 ich will weg, ich will weg. Ich seh nichts wegen der Sonne, sonst hätte ich, äh, versucht die zu töten. Sag denen, wir haben Polizisten, die sollen dich weglassen. Wo genau bist du? Ich kann dich holen. Nein, 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 ich bin schon weg, ich bin schon weg, ich geh zum Armut. Also, bist du jetzt schon weg da? Sonst hätten wir dem Polizisten gesagt. Ne, ne, ich bin weg, ich bin weg. Da liegt noch einer von uns, Clowns, der Dicke da. Jungs, ich sag jetzt ein letztes Mal, wir hatten genug, okay, wir haben euch alle rausgeholt. Jetzt rennt einfach weg, fliegt weg, fährt weg. Ja, ich bin gleich bei 9290. Komm, komm, 9298, das ist direkt dort auch, äh, Luise. Ich könnt euch auch mitnehmen, ich bin in der Nähe. Alles gut, siehst du schon da. 9298, komm. Jo, ich seh eure GPS, da fahr ich hin. Mich muss da auch jemand abholen, bitte. Wo, wo muss ich dich abholen? Äh, guck einfach GPS, ich kann's nicht erklären. Und dein Name? Pepe. Santino. Da. Ich, äh, bin direkt unter der Brücke immer noch. Dicke, diese Polizistin, diese Polizisten war das Geilste. Dicke, mach Mut, ne? Bei mir so eine Polizistin. Hinter dir rechts, hinter dir rechts. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Diese Polizistin, sie guckt so, sie piekt so, ich bin hinter ihr, ich sag so, was denn mit dir los? Sie dreht sich so langsam ohne, ich töte sie. Hahahaha. Wohin wollt ihr? Mach geht ihr mehr? Anwesen, anwesen. Aber von hinten, von hinten. Mach dem ihr GPS ran, bitte. Warte. Nicht von hinten, von hinten, von hinten. Nein, nicht da lang, nicht da lang. Nicht da lang, nicht da lang, nicht da lang. Ja, hier, hier gerade, gerade, gerade. Irgendwer hat, irgendwer hat, ähm, einen App-I-V-Roll eingetragen. Das musst du wegmachen. Du musst wegmachen. Ja, warte. Ist weg. Nö, ist nicht weg. Ne, ist immer noch. Mann, jetzt ist weg, jetzt. Du gehst ab, 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 ab. Sechstacke Aktion, Jum, sechstacke Aktion. Geile Action. Also, ich hab viele Leute am Krankenhaus gesehen. War ordentlich was los, ne? Einfach sechs Bundeswähler geholt. Der ganze Eingang war voll, wo ich Qseng vorhin eingesammelt hab. Sorry, danke für deine zwei, äh, Monate. Leid hat keiner von den Bundeswählern überlebt. Ich höre, weil die alle Headshots bekommen. Ja, ja, ich hab einen Headshot gedrückt. Richtig scheiße. Ich weiß nicht warum, ja, aber ich bin richtig mad. Aber immerhin sind die tot gewesen. Scheiß auf die Waffen. War geile Action, Chat. War geile Action, kann man nicht sagen. Hauptsache, wir haben's raus geschafft. Ich komm von der Brücke hoch, ja. Wie viele lagen von denen? Bruder, von denen lagen alle gefühlt, Bruder. Da waren noch zwei Bundeswehrler oder so. Jetzt nur ohne Spaß. Aber wenn er geizig wird, Bruder, du weißt, da kommt immer auf einmal. Das war aber gute Action, Bruder. Wie viel hast du geholt? Drei, vier Stück, ne? Echt? Ja, du? Ja. Jimmy auf sechs. Jimmy sechs. Scheiße, wie du dich gut hast. Ich glaub, ich hab euch voll den Arsch gerettet, ne? Ihr wart alle im Tunnel. Ja, ja, wir haben noch nicht eingeschränkt. Ja, wir haben noch nicht eingeschränkt. Mahmoud hat den Five-Head-Move gemacht, ne? Ja, ich schlägt mich immer hin, Bruder. Ich mach das jedes Mal. Warte, wenn du nicht schmeckt, du hast keine Chance. Du machst einfach Umusgehen. Weil du stimmst ja sowieso, verstehst du? Und das ist einfach so schlau, Bruder. Die denken dann, du liegst. Und danach, wenn du beste Zeit kommst, du stehst einfach auf und wegst einfach jeden weg. Bei dem Eingang, ich hab ja alle Bundesweller anlaufen sehen. Ich hab mich hinter dem Baum versteckt. Dann konnte ich erst mal ganzes Magazin in den mit dem Helm reindrücken und danach hab ich die anderen geholt. Ich glaub, die wussten gar nicht, dass ich richtig hinter dem bin. Stark, Stark, Stark. Du kannst sowas machen, Bruder. Bei mir wurden die zufälligerweise wissen, was ich hinbekommen. Ja, das ist es. Es ist gut so, dass ich da war und keiner von euch. Sonst wären wir vielleicht alle nicht da. Oder diese Auge, diese neue Brille, Bruder, die tut schon gut. Ich sag dir, wenn ich musste auch mal holen. Digga, ich hab die nicht gesehen in dem Licht, ne. Die Sonne? Ja, ja, das Licht wendet, wa? Schau mal jetzt links, wendet das gerade auch? Ja, ja. Das ist viel zu hell. Ja, okay, jetzt gehen wir rüber zu diesen Outlaws. Ich hab's schon Bock. Ja, Mann. Wir fangen in einem Boot aus der Auto, oder? So, einmal. Komm, Friedhelm. Boah. Wem, mich? Du bist doch ein ganz witziger. Wir reden später in Schallang. Bitteschön. Vielen Dank. Danke dir, Mann. Bitte, kein Problem. Wo ist jetzt dieser Uwe? Der nervt mich. Wo ist er? Wo genau bist du? Siehst du das Bundeswehr-Auto? Ja, stopp. Ein Bundeswehr-Auto fährt nochmal raus. Wenn der Bundeswehr... Ich hab keine Ahnung. Boah, mir ist so warm. Ich muss nicht ausziehen. Geh mal kurz zurück, Jimmy. Jo. Jo. Und jetzt, wir haben ihn aufgesammelt. Gut. Braucht jetzt noch irgendwer eine Abholung oder sonst irgendwas? Hast du noch einen Platz frei, Luisa? Arzi, hast du gesehen? Alle Bundeswehr-Alarlagen. Alle. Ich kann ihn abholen. Wie soll ich ihn abholen? Lass mal einen Treffpunkt ausmachen. Baumarkt. Fahrt einfach zum Anwesen. Jo, Sosa, kannst du mir einen Clip geben? Lass einfach kurz Baumarkt, Luisa, und dann geb ich ihn dir. Ja, okay. Ist nur einer. OGs sind raus aus dem Funk, ja. Jo. Du in you. Du in you. Kein Problem. Same. Viel Glück euch. Wir bedanken uns für euch auf der Gramm. Erst gleich in den einen Typen, der die ganzen sechs Bundeswehr alleine umgeschäbert hat hinten. Das war Jimmy. Jimmy Neutron. Jimmy, was wolltest du? Waffen-Clip. Ach so, ja, warte. Ein. Und was ist mit mir? Äh, äh, der eine hat den Funk gefragt. Danke an denjenigen, der die sechs Leute von hinten geschäbert hat. Ach so. Ich bin nämlich schon rausgegangen. Hier. Danke dir. Oh, was zu essen, Mann. Ich kann dir was geben? Oder habt ihr da was drin? Ne, hier ist ein Döner drin, glaube ich, im Lager. Okay. Jimmy Beförderung. Lass ihn doch einfach Abi holen, äh, werden, wenn er jetzt schon einmal, äh, sechs Leute geholt hat. Okay. Wollen wir jetzt Outlaw ficken gehen? Craig, geh mal Mut. Sag mal, was machst du denn hier? Was sollen ditte? Hahahaha. Schießt du mit AK? Ja, ja, Bruder, ich hab die neue getestet, weißt du, weil jeder sagt, die ist Müll und so. Ja. Und die dachte ich auch immer, Bruder, aber die ist gelb, Bruder. Ich schwöre dir. Bruder, Uwe hat heute auch gesagt, dass es gar keine gute Waffe ist. Bruder, die ist eigentlich Baba. Ich hab nur zwei Monate. Bei Karin hat sich nur auf Kopf. Jetzt ist schlimm das, ich ziehe einfach auf Brust. Dann die Sterben auch durch Brustschüsse. Ja. Verstehst du das auch gelb? Ja, drei, vier Schüsse, Bruder. Das Ding ist bei, bei so Karabiner, man verzielt 15 Stück und eines dann Handy. Aber bei dieser ist so, äh, du musst nur vier Stück treffen auf Brust und schon die liegen. Das ist richtig Geld. Ich probiere jetzt einfach mit der. Weil diese Waffe juckt eh kein, keiner mag die, weißt du? Oh, ja. Okay, wir wollen wir ficken. Wollen wir das ein zivil machen mit Uwe oder so? Oder ich würde sagen so, weil die haben mit uns was getan, dann ficken wir die weg, Bruder, ganz einfach. Hm, sonst warten wir auf Olaf. Ja, warten wir auf ihn, wir machen sogar mit ihm, komm. Runde und hatte ich dazu. Wir haben jetzt einen Gefangenen. Stimmt. Ja, die waren ja, bei Staatsbank haben die uns auch gefallen getan. Ja, trotzdem, Bruder, die machen ja trotzdem. Die haben eh Bock. Vertrau mir mal. Ende, danke für den Zapfgriff. So. Wer hat mein Motorrad? Motorrad. Ah, das ist falsch. 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 Zirka danke dir auch für deine zwei giftet. Ab jetzt bin ich ASMR-Steamer. Maki, danke dir auch für den Zapfes Dezember. Funktioniert doch, Jungs Kuss, danke euch Flexible Twitch, danke dir auch für deinen Prime Oha, und da kommen die Primes rein Sina hat gesagt, Amazon Prime ist kosten Uwe Was hast du, ich bin fast zu der Bombe gewachsen Komm Möwe Park, warte, komm mit, steck rauf Ey Digger, schlackige Wurzeln, ich wachse zu der Bombe Du hast du geil, du bist ja einfach weg Was? Ey, ich glaube ich hab Kopf Wir haben komplette Bundeswehr und Dings gescheppert Komplette Bundeswehr und Polizei Drei Du hast stark, haben wieviel habt ihr verloren? Zwei Was? Das ist sehr stark, man Habt ihr halt, wieviel habt ihr denn überhaupt gefallen? Nein, nein, drei, aber das lag daran, dass einer von den Hand, also, von unserem Bündespartner und Cousin umgeschossen hat Ach was Ja, ja, ja Idiot Was ist das für Dingsender? Ja, weil die einfach dumm sind Ey, da ist Depp, Depp Meier Depp Ich bin gleich in Not, ich bin gut, wenn du mal Kennst du ihn, oder? Was? Ja, natürlich Depp schon gefahren Na, Uwe Was ist Depp Meier, Mann? Du Wichser, Holzmei Habt ihr meinen Namen gesagt? Ja Ja, Sebastian Depp Depp Meier Depp, ja Ich hab schon zuerst du Wir sind in den grünen Ich will nichts falsch sagen, sonst pack ich mich auch ein Ich bin's Was wollt ihr hier? Hoi, boy Nix, Uwe, kannte Sepp Der wollte Bekanntschaften mit Sepp, Mann Na, will ich schon Sepp fährst einfach rein, wo Sorry, Mann Ich bin schon eingefahren Ich bin schon eingefahren, das ist ehrlich Marlon, danke für den Satz bis Dezember Carly Was, was, warum schießt die? So, was ist das? Was ist das? Ey, lass dich scheppern, lass dich scheppern Ich hab keine Waffe, komm, Uwe Kursing hat die mir weggenommen Komm, Uwe, komm, Uwe, lass dich fingen Kursing hat mir die Waffe weggenommen Nein, du hast schon wieder geschossen Bruder, er hat mich getroffen Ich werd den fingen Ey, die hab ich angeschossen Ich kann auch echt zu mich schießen Aber ich hab keine Waffe, Bruder Ich werd den fingen Wer, wer hat geschossen? Die auf dem Motorrad Ey, ey, fuck, fuck, fuck Ey, Jungs, was schießt ihr auf uns, die Idioten? Was? Was schießt ihr auf uns? Wir haben gar nicht auf euch geschossen Doch, Mann, du hast dich voll getroffen, du Wichser Warst du da? Ich auch mal Ja, du, ihr habt mich getroffen Ja, dann... Was suchst du bei Blatt? Keine Ahnung, ich hab mit Frank geredet Ja, okay Ey, was soll ich noch sagen? Ja, ist... Oh, das kann ich nicht reden, Mann Das war echt respektlos Sollen wir die... ich hab dran Ah... Ich weiß nicht Die haben ganz klar und deutlich Lila gesehen Was machen die da? Ja, die haben einfach reingehalten, Alter Ja, aber... Du musst wissen, unser OG ist ein Muschi Ach so Der nennt sich... Der nennt sich einfach Muschi Also dein Zweitname ist Muschi Da kann man nicht so viel machen, weißt du Weißt du? Ja, ja Ist das so ein Angsthase? Ja, ja Der traut sich niemals Der Polizist könnte ihnen sagen, du scheiß Schwanz Er wird noch seinen Schwanz danach lutschen, weißt du? Pfff Hahahaha Was neuer OG? Olaf Olaf, Olaf Schlaf Olaf Schlaf Das hast du... Wenn du so richtig geschlaft haben, hättest du bestimmt Ja, weil er immer so viel redet, nennen wir ihn Olaf Schlaf Achso, weil... Weil er so viel redet, bis man einschläft Ja, ja, ja Wie dieser Bitcoin Was? Pitchcoin Ja... Ja, ja Ja, ja Ich mach nur Spaß, Mutter, bitte lefere mich wieder aus, Mann Bitte lefere mich nicht aus Aber ey, die schießen richtig raus, Mann Ich hab richtig Bock bekommen, ey Ich wollte Schienen übers Camo machen Aber ich bin so viel geschossen, dass ich richtig Bock bekomme Fühlig, fühlig, fühlig Ey, Susa Ey, ist Kusek Kusek, danke Mit David, mit David können wir nicht sprechen Mich? Der ist gerade am schießen, falls dir das nicht aufgefallen ist Ey, doch, doch, er ist aus meinem Auto gestiegen Wo sind die? Boah, ich hab die Dach... Ich hab damals hier... Ich war ja früher bei dem Platz Ja Ich hab den Zeige scheppert, dieser Dach hier ist so krass Ey, Uji ist fast... Ey, Uji ist fast... Ey, Uji ist fast... Nein, Mann Schnell angeschossen Ey, lass weg, lass weg Hat der von oben auf uns geschossen? Schnell angeschossen Ich kann nicht aufsteigen Ich muss absteigen, ne? Stellt auf Ey, ich hab keinen Bock zu lief Ey, warum haben die BF? Bruder, die haben seit 10 Jahren BF Und keiner gibt auf? Ja Ey, die haben doch grad gestaust, ohne Sinn Ja, Bruder Das Ding ist, es gibt ja auch Waffen en masse in diesem Staat Deswegen macht's keinen Sinn dieser Krieg Weißt du, wenn die Waffen verlieren, juckt sie dir nicht Ja, ja Deswegen will ich dafür sorgen, dass nur Pistolen hier sind Das Beste, was man machen kann, ehrlich Ey, ich krieg auch so Bock langsam, wirklich... Ehrlich, Alter, das kann nicht sein So einfach zu antifonieren Guck mal, wie viele Männer sind die eigentlich? Cousin, wo bist du? Die machen Backsnap Aber dumm Ey, entspannt euch mal, Alter Hör mal auf auf uns zu ziehen Was? Hör mal auf auf uns zu ziehen Wir sind so geil, wir freuen uns an eurem Mut Alles gut, alles gut Ja, macht, guckt zu, guckt zu Seid ihr, wie heißt es, wer bist du nochmal? OG sind hier Ah, ja, ja OG? Ich hab, wir hatten letztens noch Krieg mit denen Mit denen? Ja, wir waren zwölf Leute und die waren, äh Ich glaub, 24, aber Auf deren GPS halt nur Und GPS spackt manchmal, also war das mehr Für mich kam es vor, als wären das 50 Leute Haben die weggerotzt? Ne, ne, wir waren nur zwölf Leute Man braucht immer die richtige Taktik Ja, ja, wir haben auch Wir haben uns richtig krass geschlagen Also, wir konnten nicht mehr machen Die waren, also, ich weiß nicht Am Ende leben noch fünf, sechs Leute von denen Wenn die alles richtig angeht, ne Dann fällen die alle Du musst einfach mit viel Backstab arbeiten Ein paar Kröner-Gradaten Die vorne aussteigen Weißt du, dann kommen andere Motorrad von hinten Schießen die weg Die Leute, die ziehen Und was dann sehe ich was Das ist so einfach Leute zu besiegen Gerade hier, wie fällt auf Wie schlecht die Leute hier sind Ich schwöre Das ist ja nicht schlecht Manchmal denke ich mir Wenn ich drauf hätte Dann hätte ich weggerotzen Dann geht's auch Es gibt halt viele Es gibt halt viele Es gibt halt viele Viele gute W-Dings oder so Zum Beispiel Mahmoud, Cheeto Ja, Cheeto ist gut Bei Dings ist einer Bei Dings ist krass Bei Kali ist dieser Chico gut, oder wie der heißt Chico, ja Cracky ist krass Der hat von den Kali-Leuten Ein acht Stück Gold Ich glaub Cracky ist echt ne Maschine Er macht auch so nen Eindruck Er zieht sich gut an So wie sich Leute, die gerne schießen Anziehen halt Bruder, der hat ja den ganzen Tag Nur Dings gemacht Ich glaub die Die Belakten wollen weg auf uns Glaubst du auch? Weil die wird nicht mehr geschossen Glaubst du? Ja, ich glaub schon Und das Ding ist halt Guck mal Du hörst keine Schüsse mehr Dann verstecken die sich in der Garage Ach was, verstecken die sich auch mittlerweile Ja, ja In der Garage, Mann Au Das sind so Das sind Kriege die Die Bocken gar nicht Ja, das ist eigentlich easy Sowas wegzurotzen Aber die Leute trauen sich nicht Ah, ist die Bock, Kali? Alles gut, alles gut Könnt ihr bitte weiterfahren? Weil die ist gerade ein bisschen kritt Dann lass mal kurz hier alle reden Hä? Also ich bin auch noch Keiner siehst, glaube ich Keiner siehst Und die Lost auch Also ich bin aus dem ganzen Ding raus Ich hab damit nichts zu tun Was machen sie jetzt? Also ich schau mal Was ich jetzt mach Dann tun sie mir einen Gefallen Dann gehen sie einfach weit weg, ja? Ja, ja Hä? Ich verstehe gar nichts Selbst alles gut? Nee Hey! Wer hat auf mich fast gescheppert? Siehste, ey, da ist echt respektlos, Mann Oder? Einen fick ich von hinten Einen fick ich von hinten Ey, was? Nein, nein, ey Doch, doch, doch Ey, die machen alle Filme Du weißt, das lohnt sich nicht Dass du Kopfschmerzen danach hängst Nein, nein, nein Ich fick denen einen von hinten Oder glaub mir Die machen richtig Auge Die werden dich abfacken ohne Ende Woanders Das heißt das selber Was sollen sie machen? Viele gönnen die einfach nicht Deswegen, pass einfach auf Du weißt nie Ich will mich einfach verstecken Ich will mich einfach verstecken Die haben doch auf mich geschossen Die Wichser Wahrscheinlich lass ich mich anschießen Du hast ja recht Aber dann werden die sagen Ey, du bist da rumgefahren und so Was für Drittpartei Die haben mich angeschossen, Chad Da darf ich mitschießen Seid ihr lust? Der Witz ist das hier genau der richtige Spot Was? Wenn du sterben willst Ist das hier genau der richtige Spot Warum? Wir verstecken uns einfach Die wissen doch eh nicht von wo Schuss gekommen ist Wenn die aber das herausfinden Haben wir keine Flucht mehr Oder wir können auch schnell mit Weißt du das schnellste Motorrad in der Stadt Was sie haben, ne? Das kann sein aber Wie schnell sind wir unten? Das ist die Frage Da ran Schnell, schnell Ah, ok Entweder bin ich unten schon mit Motorrad bereit Und warte auf dich Ja, ja, sei mit Motorrad bereit Ok, dann mach ich Das Bergchen beim runterklettern Musst du echt drauf passen, ne? Warum machst du das jetzt? Einfach um Fitna So unnötig Ach, dann scheiße für euch Einfach um Fitna zu stiften Damit, damit, damit Damit hier bisschen Schwung reinkommt Deswegen Was geht? Bruder, er ist so geflogen Er ist aus dem Gebäude geflogen Fliegt weg Fahr weg, fahr weg Links, links, links War unerleben War unerleben War unerleben War unerleben War unerleben War unerleben Oh mein Gott Schnell, 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 schnell Schnell, schnell, schnell Schnell, schnell, schnell Schnell, schnell, schnell Gott sei Dank Glaub mir Die kriegen mich niemals Wenn ich im Motorrad bin Ich hab so viele Fluchtsachen Sitzhaben Das glaubst du nicht Nein, war das Bitcoin Ich mach's da echt Nein Oh mein Aber das heißt nicht Dass ich kein Fahrname Ey, mach's das Komm, schnell War das Bitcoin Okay, jetzt bist du sicher Weißt du, die haben dich gesehen? Obwohl, die werden das Ey? So, so? Ja Boah, ich dachte, du hattest Kopfscherzen Bruder, fahr, 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 fahr Hey, du bist ein Bitcoin Sollen die kommen? Dann wichsen wir die weg Ich überfahren die einfach Bruder Digge, das war 10 von 10 Fitner Das war 10 von 10 Fitner Was wir hier gemacht haben, ne? Boah, das war 10 von 10 Fitner Was wir hier gemacht haben Geil, geil, geil Meinst du, die kriegen die uns hier, oder was? Bruder Jo Der Typ, der, äh Was machst du irgendwas falsch? Was mir egal ist, nein, ne? Bruder, ich weiß nicht, wen ich da geholt habe, ne? Ja Aber der hätte dieselbe Maske an wie Bitcoin Ich hab mich, ich hab, 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 ich hab mich auch gewundert, ich, der sah auch ausgezogen aus wie Bitcoin halt einfach, so wie gestern, mit der Maske und so Okay Ja, du bist kein Gold, lass ich schwöre, ich küsse doch dein Herz Jetzt wird kein Gold Oh, du hast einfach alles glm Gm Oh mein Gott. Bruder, war anwesend, war anwesend. War anwesend, okay. Naja, ich werde immer psychisch krank. Hat einer einen Clip von Bitcoin? Ist ja nicht abgewichst, wirklich. Was wusste, also anwesend. Oh mein Gott, warum fängt das Ding einfach an zu rauchen? Ja, gegen Arsche. Wir fahren einfach mal ein bisschen ins Obenwege, damit die nicht frisch schlussfeuern können. Lass mich mal reparieren. Okay, okay, fahr du einfach. Weil sonst... Hä? Schürzen? Warte. Kann man sich anstellen auf einem Motorrad? Digga, kleines Geburtstagsgeschenk. Aber warum fangen Autos manchmal einfach so an zu rauchen? Das verstehe ich nicht. Aber das Ding ist, er hat Headshot, er ist geflogen. Der ist zu 100% tot. Oh mein Gott. Du hast ihn echt gefegt, ja. Aber zweimal haben die mich auch angeschossen, ne? Ja, das ist zweimal... Also einmal zu viel. Weil zweimal zu viel. Die haben mich auch angeschossen. Die haben Glück, dass ich mich beherrschen kann. Ich hätte nicht geschossen. Ich hätte die einfach besser genutzt. Digga. Ich hätte alle anstellen können, kranker aus. Oh, Bitcoin, Alter. Oh, starker Schuss. Danke für deine 20 Euro. Ich wusste nicht, dass das Bitcoin ist. Ich habe auch gedacht, du, ein Schuss gehört. Da sehe ich schon mal, wie du runtergeflitzt kommst. Er war richtig, ein Taubsi. Aber diese... Er ruft sich an. Diese Dinge, das liebe ich am meisten, ehrlich. Die hinterlegen Angriffe. Das sind die witzigsten. Nein, er hat mich nicht angerufen. Klassisch. Abo will VIP? Ja, warte, geh nicht. Weißt du, du hast... Also die haben mir zweimal geschossen. Einen hast du geholt. Ich werde dafür noch eins holen. Bruder, übertreib deine Lage jetzt nicht. Äh, groß ist... Ja, nee, wir haben... Ja, nee, wir haben den 12er geholt von dir. Ja, dann lassen wir direkt den 11er holen. Auf ganz der Schwann. Mujo noch? Ich weiß nicht, wer der 11 ist. Hast du nicht Hunger? Mein Geschenk. Komm mal, Discord. Warte, ich call dich. Ja, ich warte, ich will dich zu... Tschechner verleiten. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Ich hab auf... Die Kali haben mich zweimal angeschossen, ne? Haben dich echt angeschossen? Jaja, die haben mich echt angeschossen. Zweimal. Und da hab ich gesagt, ich nehm einen mit. Irgendeinen. Bin ich das? Jaja, ich nehm einen mit, dafür, dass ihr Dings bin. Schnell abgehauen auf den. Bruder, du weißt gar nicht, was passiert ist bei mir. Hör mal zu. ich bin am streamen ich bin gerade hier ganz normal am start wir sind gerade im krieg mein ganze bildschirme alles bleibt mein pc ist komplett abgestürzt hat neu gestartet mein stream ist ausgegangen ich komme ich log ein ich gehe an die mauer und krieg einen kopfschuss aber was hast du dann gemacht ich denke mir warum habe ich dann auch immer wieder 8000 zuschauer ich habe ja ich habe ja alle verloren ich hatte 5000 zuschauer ich habe einfach dachtest du das sein bleibt oder was ich dachte ich dachte ich wollte durch die fang und weiß was ich dachte was wieso wird rechts der neben mir nicht getötet wenn der angeblich hinter mir ist dann dachte ich mir okay dass das kohle hätte ich lieber den rechten geholt ich war aber ich habe auch gesehen in einem clip man konnte gar nicht richtig erkennen du hast mir trotzdem headshot gedrückt ja weil ich weiß wie ich dich wenn ich diese visieren links habe wenn ich visieren links habe weiß ich wie ich ungefähr zu eben habe weil ich ja deine animation dann kenne er hat mich auch geholt du hast noch ein geholt gohard echt was badger geholt hätte dann habe ich kollektiv gegeben ich habe nur ein schuss abgegeben da habe ich zwei getötet mit einem schuss du hast einfach mehr von uns getötet als die platz habe ich echt den jetzt habe ich ein kollektiv gegeben ja badger sagt du hast ihn auch geholt da habe ich euch gefickt aber ich weiß dass zehn von zehn finden jetzt gewesen nein das ist kein drittpartei weil er angeschossen wurde er wusste nicht dass ich das bin ich glaube wenn er das wirst du das trotzdem macht nein nein hätte ich nicht gemacht hätte ich extra einen eingang genommen kali glaube ich wie immer ich komme da ich komme ich wurde als erstes eingeschossen nicht mal die platze von eingeschossen nicht mal die blatt pro die platz verstecken sich ja die ganze zeit wir haben die zerrissen bis zum geht nicht mehr und dann haben die einfach wieder geschossen und ja diese sonne nervt mich so heftig heute auch in der schießerei ich konnte diesen typen am ende nicht holen wie diese kack sonne digga das ding ist ich bin mir eigentlich zu 99 prozent sicher mein pc ist abgestürzt hat wegen dem server ich hatte auf einmal 0 fps und dann ist alles freeze geblieben ein obs abgekackt meine bildschirme digga und dann hat der pc auch neu gestartet also ist komplett alles freeze gewesen ja hatte ich auch mal ja wo ich habe den pc erst neu das ist ein 3.500 euro rechner der ist nicht mal ein monat alt und mit meinem alten pc ist ja genau das gleiche passiert genau das gleiche und dies was macht ihr bei dem platz die urgesellschaft wissen die alles das ist echt täglich ach so die halten sie sich raus was was macht das sinn da haben die sich eine fraktion gekriegt nein nein unsere jungs die haben ja nichts mit denen zu tun bloß ich wurde ein vogel habe mir zugezwitscher dass ich ein kollektor gemacht haben und zwei leute geholtert war ehrlicher und eklig weniger einfach zwei leute hat der vorgabe mehr als die platz geholfen wie viele liegen von euch ja jetzt zwei auf jeden fall ich bin noch ein ob man sich besiegt bewegen sich auf jeden fall noch im gps ich sehe oh mein gott wenn du das gps von mir siehst oh mein gott einfach gefühlt 20 20 25 karl ist fast ich bin glaube ich nicht mal richtigen punkt gekommen oder du hast mich glaube ich davor sogar getötet was wollen wir zu zweiter vorbeisteben kurz paar leute auf jeden fall ich habe sie mir danke dass du schlechtes gewissen sind ja nur 20 minuten also gefühlt halbes leben aber keiner weiß dass es sich wird dass ich es bin keine heilheit nein nein keiner weiß das glaube ich kann gar nicht wissen ich habe dich ja gesehen du warst 80 kilometer gefühlt entfernt hast mir einfach ein headshot gedrückt hast du in dem moment hinten geguckt ne ne nein nein warte ich ich zeig dir mal meine sicht ich hab die tippe matchet warte ich zeige euch den warte gott warte gott warte gott alles du lass den zeit ne du hast den zeit hast du meine sicht schon gesehen ne 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 ich hab's nicht gecheckt guck mal gleich mein gesichtsausdruck bist du drauf jaja wo auf dem stream auf clip ja dass du warte mit neuer camp ist noch viel geiler abu gucku da abu gucku da jetzt ok guck lass beide ruhig sein lass beide ruhig sein guck mal ich glaube einfach dass es und auf dem balkon habt ihr den auf dem balkon ist gecheckt digga wo bin ich getötet worden und guck mal rechts neben mir ich achte die ganze zeit darauf ob er ich achte die ganze zeit darauf ob er getötet worden der links neben dir check gar nicht dass du tot bist nein ich schwöre ich denk mir so hä ich denk mir so hä ich schwöre ich war voll überfordert ich schwöre ich war voll überfordert ich zeig doch was zeigst du hier ist doch der clip hier ist doch der clip ich danke schön ich küsse euer herz das war mein geburtstagsgeschenk an abu gucku gestern stand ich kurz auf herrn mein geburtstag 1000 bei twitch geknackt habe war ich eine stunde sofort heute immer noch geburtstag ich bin gefächtig ich schwöre ich was macht der mit mir bei mir bist du hinter die bei mir bist du gehörter dieses ding geflogen ja 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 muss aus meiner sicht sehen den clip habe ich habe ich gerade eben im stream aber warte mal ich habe fast nur auf dein gesicht geachtet so wie du dich so guckst du dir krieg an komm mal her machen er will selber krieg machen wir haben vorhin die komplette bundespolizei geschöpft ich weiß nicht was sie da gemacht haben wo seid ihr denn wie kommt man da hoch doch einer fliegt runter lässt die leute ab und fliegt wieder hoch guckzen da salute ichか